hey leute willkommen zu einer runde kursg auf dem web baby und wir haben gefühlt den besten spot der man hier haben kann also keine ahnung ist man irgendwie so allein und kann einfach in ruhe die ganzen kisten hier snacken deswegen hoffe ich mal ja wow gut dass hier so okay ich glaube ich war doch nicht so jetzt töten wir den hier noch und kassier erstmal 1000 hilfs der neuen er wird mir wieder abgestaubt oder auch nicht kommt oh mein gott alter bester anfang auf jeden fall ich habe schon so den tod von meinen augen gesehen ohne witz wenn ihr das hier seht bin ich wahrscheinlich in barcelona glaube ich ich hoffe er jetzt nicht die ganze zeit weg ich esse lieber bevor ich hier gleich irgendwie im kampf gerate ja man ihn juckt das doch gar nicht naja erst mal stehen und macht da den einen oder anderen bogenschuss holen wir uns mal so seine regeneration wie bei welchen barcelona auf klassenfahrt also meine ich das video genau dann kommt was der 24 september ist und zeitgleich wird genau dann mein kanal auf jahre alt was mega cool ist also ja danke auf jeden fall an euch also jetzt mal real talk wer hat so krassen staff naja ist halt glaube ich einfach nicht gut vielleicht ist so ein abonnenter sieht so das video und das ist so danke so gerne okay auf jeden fall habe ich gerade irgendwie so hyperaktiv aber ich weiß es nicht kommen gut dieser hat kein prämien man da fragt mich die ganze zeit aber habe ich die ganze zeit abstaubt und einfach tötet weil ich bin ausnahmsweise mal genickt und so aber ich habe dauernd die ganze zeit in meiner runde auf jeden fall weil ich generell mal danke sagen an alle die mich montan in irgendeiner art und weise unterstützen und auch besonders an annux der mir meine designs macht ich hoffe das mit dem merch klappt jetzt auch momentan so schnell wie möglich wäre ganz cool für die leute die es nicht mitbekommen habe ich wäre momentan daran mich um den merch zu kümmern ja moin wir gehen die nächste runde einfach und das war schon der nächsten runde auf der map baby ich glaube ja doch die habe ich gerade auch gespielt ich habe ja gerade ein paar runden verkackt deswegen viel fall haben wir kämpfen gegen den mal in kurz ich dabei man kann das mit dem mensch alles abzuklären also danke für alle nukes für die designs und generell danke an euch alle dass sie mich irgendwie unterstützt noch besonders auch an meine mods die sich immer mein streams um die ganzen nachrichten kümmern und irgendwelche leute rauskicken die scheiße schreiben generell leute zu fort und wenn sie fragen haben und so weiter und so fort also ich weiß echt mega cool auch an die leute die dauert aktiv meine streams vorbeischauen für die leute die es auch nicht mitbekommen man kann ja bei mir mittlerweile kanalmitgliedschaft für 99 cent oder 4,99 kaufen je nachdem was für ein gönner modus man gerade ist ja dafür für die leute die nicht wissen was es ist noch mal eine pizza unter sein namen hat besondere emotes und so weiter und kriegt dann auch auf dem ts besonderen rang darum soll jetzt eigentlich aber gar nicht in diesem video gehen ich war eigentlich nur danke sagen für die ganze unterstützung und ja ich versuche sowieso falls es euch nicht aufgefallen ist überall auf allen social medias momentan aktiver zu werden ich glaube es riecht auch ganz gut hin trotz klassenfahrt und in den herstellungen bin ich auch noch mal in rheinland-pfalz aber ich glaube ich krieg das trotzdem noch ganz gut gebacken dieser typ packt mich gerade dezent ab na ja jetzt jetzt können wir gar nicht weiter kämpfen weil der eigentlich abstaunen wird ja also seid auf jeden fall gespannt auf mein merch geht auf jeden fall ganz cool okay was war das jetzt keine ahnung an die kehrmann haben soll er setzt sich da erstmal hin ey erst mal ja gold apfel gesnackt hier ich will eigentlich gerade nur eine runde gewinnen allein schon weil ich mich jetzt nicht entnickt habe habe ich es verdient hier zu verlieren